Hi und herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus dem Fotografieren für Anfängerkurs. Und jetzt fragst du dich vielleicht, hey, ich sehe den Stefan gar nicht, sondern ich sehe hier ein Bildbearbeitungsprogramm. Ja, heute geht es darum, den Unterschied zwischen JPEG und RAW zu erklären. Was ist das überhaupt? JPEG und RAW sind zwei verschiedene Dateiformate, die man einstellen kann in der Kamera und da möchte ich dir heute mal den Unterschied erklären. Was sind die Vor- und Nachteile von jedem Dateiformat? Und diese Unterschiede kann ich tatsächlich am besten am Computer erklären. Als erstes möchte ich dir aber mal zeigen, wie man das in der Kamera überhaupt einstellen kann. Hier gehe ich als erstes jetzt mal in das Kameramenü rein, auf den Ordner Fotoaufnahme und dann scrolle ich hier nach unten auf Bildqualität. Und hier habe ich jetzt eine ganze Menge Auswahlmöglichkeiten. Ich kann zum einen einstellen hier einmal das NEF-Format, also das RAW-Format. Das ist das Nikon RAW-Format. Es gibt da von jedem Kamerahersteller ein eigenes RAW-Format. Also bei Canon heißt es zum Beispiel CA2, bei Nikon heißt es NEF und so weiter. Also da darfst du dich nicht wundern, wenn die unterschiedlich heißen, die Dateinamen. Das sind alles RAW-Dateien, nur halt heißen die unterschiedlich. Und hier oben kann ich jetzt einstellen, dass ich sowohl im RAW-Format als auch im JPEG-Format fotografieren möchte. Das heißt, da werden immer zwei Dateien erstellt. Einmal eine RAW-Datei und eine JPEG-Datei. Das kann man zum Beispiel machen, wenn man Hochzeiten fotografiert und dann erstmal eine kleine Vorschau haben möchte in Form einer JPEG-Datei und die RAW-Datei dann später zur Bearbeitung. Ich stelle meine Kamera hier eigentlich immer nur auf NEF, also nur auf das RAW-Format ein. Man kann auch nur auf JPEG einstellen. Ich stelle sie hier immer auf RAW. Soviel erstmal dazu. Dann kann ich hier unten noch die Bildgröße einstellen, sowohl einmal bei der JPEG-Datei kann ich hier einstellen, welche Auflösung möchte ich haben. Ich habe da sowohl beim JPEG als auch beim RAW jeweils die größte Auflösung mit drin. Und dann kann ich noch weiter nach unten gehen und hier noch die RAW-Einstellung vornehmen. Das heißt, ich kann jetzt hier noch einstellen einmal, ob nicht komprimiert werden soll, ob komprimiert werden soll oder ob verlustfrei komprimiert werden soll. Ich habe das Ganze hier auf verlustfrei komprimieren eingestellt. Dadurch wird die Dateigröße etwas kleiner. Aber wir behalten alle Funktionen. Und ganz wichtig ist hier auch noch die Farbtiefe. Die habe ich auf 14-Bit gestellt. Kann man auch auf 12-Bit stellen. Aber mit 14-Bit habe ich einfach mehr Auswahl dann noch in der Bildbearbeitung. Da kommt dann einfach noch ein bisschen mehr rum. Also soviel erstmal dazu, wie man das Ganze einstellen kann. Und jetzt gehen wir mal so ein bisschen darauf ein, was wir mit den unterschiedlichen Dateiformaten eigentlich machen können. Das RAW-Format. Das heißt übersetzt soviel wie RAW-Format. Und es bedeutet, dass es unbearbeitet und erstmal unkomprimiert ist. Wir haben gerade eben in der Kamera eingestellt, dass wir es verlustfrei komprimieren. Aber grundsätzlich ist es erstmal ein unkomprimiertes Format. Nachteil von dem RAW-Format ist, dass die Dateigröße wesentlich größer ist als beim JPEG-Format. Und das können wir uns jetzt hier auch mal angucken. Ich habe nämlich das gleiche Bild hier einmal als JPEG und einmal als RAW drin. Und hier sieht man auch schon den ersten Unterschied. Das JPEG, das kann man direkt öffnen. Das ist also eine Datei, eine Bilddatei, die man überall öffnen kann. Eine RAW-Datei dagegen kann man nicht überall öffnen. Dafür braucht man einen speziellen RAW-Converter und muss die dann erstmal bearbeiten. Aber dazu kommen wir gleich noch. Schauen wir uns erstmal hier die Bildgröße an. Mit einem Rechtsklick hier drauf, einmal auf Information. Und dann siehst du jetzt hier, dass die JPEG-Datei 34,5 MB hat. Das ist auch schon eine ganze Menge, aber das Bild ist auch entsprechend groß. Wenn ich jetzt hier einmal die RAW-Datei anklicke, dann siehst du, haben wir hier 58,6 MB. Also fast doppelt so groß die Datei. Da ist schon, wenn man dann natürlich sehr viele Fotos macht, die Frage, hat man genügend Speicherplatz? Wobei ich sagen muss, in der heutigen Zeit sind Festplatten so günstig geworden, dass Speicherplatz eigentlich nicht mehr so die große Rolle spielen sollte. Bei einem JPEG ist es natürlich auch nochmal so, dass man, hast du ja in der Kamera auch gesehen, dass man da verschiedene Qualitäten einstellen kann. Je nachdem sind die Dateigrößen dann natürlich auch nochmal unterschiedlich. Insgesamt ist es so, dass die RAW-Datei komplett unbearbeitet ist. Während eine JPEG-Datei, die du mit der Kamera fotografierst, ja schon vorbearbeitet wird. Das heißt, die Kamera legt da einen gewissen Kontrast drauf, gleicht die Farben nochmal ein bisschen an, schärft das Bild so ein bisschen nach. Das kann man in der Kamera auch noch so ein bisschen einstellen, wie doll das passieren soll. Aber grundsätzlich bearbeitet die Kamera ein JPEG ein bisschen vor und gibt es dann als JPEG, wie gesagt, auch aus, was man sich überall angucken kann. Eine RAW-Datei hingegen muss erst einmal durch den RAW-Converter durch. Da können wir dann komplett selber den Kontrast festlegen und alles einstellen, wie wir wollen. Das heißt, wir haben ein bisschen mehr Kontrolle darüber, müssen uns aber auch die Zeit nehmen, das Ganze dann auch wirklich zu machen. Weil du kannst nicht einfach eine RAW-Datei nehmen und die jetzt ins Internet laden. Das funktioniert nicht, die kann man nicht angucken. Sie muss auf jeden Fall einmal durch einen RAW-Converter durch. Selbst wenn wir dort keine Bildbearbeitung machen, müssen wir das Ganze dann einmal als JPEG-Datei exportieren. Das heißt also, das JPEG ist dann schon eine geschlossene Datei, die man überall anzeigen kann, eine RAW-Datei eben nicht. Es kann dadurch natürlich sein, dass wir eine RAW-Datei nicht bearbeitet bekommen durch die Kamera, dass das ein bisschen flauer am Anfang aussieht. Wir müssen halt, wie gesagt, diese Bildbearbeitung etwas selber übernehmen. Es kann auch sein, dass es ein bisschen weniger scharf aussieht, auch weil keine Nachschärfung stattgefunden hat. Aber ich habe in der Bildbearbeitung am Ende wesentlich mehr Möglichkeiten. Ich kann halt alles selber einstellen. Ich kann die Helligkeiten anpassen, da einfach auch mehr Informationen unkomprimiert gespeichert werden. Das heißt, wir haben auch noch ein paar mehr Möglichkeiten, mit dem Histogramm zu arbeiten. Wenn ich das jetzt hier mal vergleiche, ich habe jetzt hier auch wieder beide Dateien offen. Gehen wir jetzt hier mal wieder den Weißabgleich zurück, dass das ungefähr gleich aussieht hier. Und ich habe jetzt hier in der RAW-Datei noch die Möglichkeit, die Lichter abzudunkeln, die Tiefen aufzuhellen. Und wenn ich das jetzt hier mal so mache, und jetzt machen wir das gleiche mal mit dieser JPEG-Datei, dann wirst du feststellen, das sieht relativ ähnlich aus, aber grundsätzlich verlieren wir hier oben im Himmel schon ein paar Details. Ja, in dem Beispiel geht das noch einigermaßen. Aber grundsätzlich haben wir mit einer RAW-Datei mehr Möglichkeiten, die Details noch besser hervorzuholen. Während in einer JPEG-Datei das nicht mehr ganz so gut funktioniert. Ja, also das sieht man jetzt hier auf den ersten Blick nicht so ganz genau. Aber wenn du da Situationen hast, wo wir sehr viel Dynamikumfang brauchen, dann kommt das schon zum Tragen. Und dann ist eine RAW-Datei mit wesentlich mehr Möglichkeiten bestückt als eine JPEG-Datei. Eine weitere Sache, die als Argument dazukommt, wobei ich das immer so als schwaches Argument sehe, ist die Möglichkeit, dass wir den Weißabgleich einstellen können. Darüber haben wir ja auch gerade eben in dem Video zum Weißabgleich schon gesprochen. Also in einer RAW-Datei kann ich den Weißabgleich im Nachgang noch komplett bearbeiten, als wenn ich das vor dem Fotografieren machen würde. In einer JPEG-Datei kann ich das nicht, weil hier tatsächlich der Weißabgleich schon komplett in der Datei drin ist. Und dann siehst du, kann ich das Ganze nur noch einfärben quasi. Entweder ins gelbliche oder ins bläuliche. Aber ich kann diesen Weißabgleich eben nicht mehr so verändern wie in einer RAW-Datei. Jetzt stellst du dir wahrscheinlich die Frage, welches Format du denn nutzen solltest. Und auch hier kommt es wieder ganz darauf an, was du machen möchtest. Denn wenn du gerne deine Fotos bearbeitest, dann ist das RAW-Format das richtige Format. Weil du hast in der Bildbearbeitung dadurch einfach mehr Möglichkeiten. Du schaffst dir mehr Spielraum, was du in Lightroom zum Beispiel oder auch in Photoshop oder in jedem anderen Bildbearbeitungsprogramm, was du nutzen möchtest, schaffst du dir einfach mehr Möglichkeiten. Wenn du aber nicht so gerne bearbeitest und lieber schnell gute Ergebnisse erzielen möchtest, dann fotografiere lieber im JPEG-Format. Weil dann bearbeitet die Kamera das schon so ein bisschen für dich. Und du kannst die Fotos direkt von der Speicherkarte auf deinen Rechner runterziehen und präsentieren. Also wenn du die Bildbearbeitung nicht so magst, dann ist das auf jeden Fall das Richtige für dich. Und wie du in dem Kameramenü gesehen hast, kannst du dir auch beides einstellen. Wenn ich zum Beispiel Hochzeiten fotografiere, dann mache ich es so, dass ich alles im RAW-Format fotografiere, aber gleichzeitig auch im JPEG-Format, in so einer qualitativ kleineren Stufe. Weil ich dann wirklich die Möglichkeit habe, erstmal dem Brautpaar, zum Beispiel von dem Brautpaar-Shooting, die Bilder zu zeigen und sie können dann nochmal aussuchen, welche ich dann im Nachgang im RAW-Format dann nochmal richtig bearbeite. Und dann kriegen sie am Ende auch das richtige Ergebnis. Aber ich habe schnell die Möglichkeit, meinen Kunden die Bilder zu zeigen für eine Bildauswahl, ohne dass ich jetzt jedes RAW in ein JPEG umwandeln muss. Sondern das habe ich von Anfang an da und kann innerhalb von ein paar Minuten das hochziehen, ins Internet laden und dann können die Leute sich das anschauen. Das hat also Vor- und Nachteile. Ich hoffe, ich konnte dir das Ganze so ein bisschen näher bringen, was die RAW-Datei ist, was eine JPEG-Datei ist. Also, wenn du am Ende dein Bild präsentieren möchtest, dann kommt im Internet sowieso eigentlich immer eine JPEG-Datei raus. Egal, ob du nun im RAW oder im JPEG fotografierst, am Ende ist es eigentlich immer eine JPEG-Datei. Aber wie gesagt, mit der RAW-Datei hast du am Anfang noch etwas mehr Möglichkeiten in der Bildbearbeitung. Ich hoffe, du hast das einigermaßen verstanden, was ich dir hiermit erklären wollte. Und jetzt kannst du für dich selber aussuchen, ob du im RAW- oder im JPEG-Modus fotografieren willst. Dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß.